Früher oder später kommt das Feuer auch zu uns. Wenn das Feuer unsere Schneis überwindet, rast es direkt auf die Station. Die Feuerwarte ist nur Sekunden entfernt. Das Feuer bedroht Häuser und Menschen. Solange ihr atmen könnt, werdet ihr überleben. Wir gehen das Feuer direkt an. Und retten unsere Stadt. No Way Out gegen die Flammen ab 3. Mai im Kino.